Wir sind hier auf Wunsch von Kleopatra und wir gehen erst wieder weg, wenn die Arbeit beendet ist. Hast du verstanden? Wenn ihr es schafft, werde ich euch alle mit Gold überhäufen. Wenn nicht, werfe ich euch den Krokodilen zum Fraß vor. Essen Krokodile denn auch so etwas? Stell, Obelix. Rufe mir die Arbeiter. Jeder soll von meinem Zaubertrank einen kleinen Schluck bekommen. Nein. 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 Wie kommt es nur, dass er mich erkennt? Ich werde mich selbst darum kümmern müssen. Ruft mir sofort meinen Spion. Na dann wollen wir mal. Drei Gallier? Ich muss hangen. Müsste mir was einfallen. Ja, das ist die Idee. Herrlich. Ihr habt nicht mehr viel Zeit übrig. Vorwärts, Malch. Achtung jetzt. Schiff entern. Schiff entern. Wer sagte da entern? Ich habe gedacht, wir entern. Ganz schön blöde, diese Ägypter. Wir alikechen, Ja. Untertitelung des ZDF, 2020